Yo, was geht ab, Leute? Kralla hier und willkommen zu meinem nächsten FFR-Game hier auf HiRISE. Ich wollte heute mit euch ein kleines Thema ansprechen und zwar Modern Warfare 2 Remastered. Es gehen ja lauter Dinge rum, von wegen Modern Warfare 2 Remastered wird kein Multiplayer haben. Sehe ich total als Blödsinn an. Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber keine Ahnung, ich meine, es wäre schon blöd. Und ja, ich würde gerne wissen, was ihr so davon haltet. MB Remastered, was meint ihr? Schreibt mir einfach in die Kommentare rein. Was ich noch sagen wollte, ist ja wegen meiner Team Ability und so, da ist gerade ein bisschen Break und so am Start. Ja, es ist halt schwierig, weil ich bin ja jetzt erst nach Mallorca gezogen und so und das ist alles nicht mehr so einfach. Wir sind nicht endet oder so, nicht, dass ihr was Falsches denkt. Aber ja, es ist halt ein bisschen Pause gerade. Achso, was ich noch sagen wollte, ich hatte auch vor jetzt auf YouTube noch ein bisschen aktiver zu werden und so. Und deswegen, ihr könnt euch gefasst machen, dass da jetzt mehr Videos kommen. Mal gucken, ob ich das alles gemanagt kriege. Ich weiß halt echt nicht, was ich noch sagen kann. Also auch, dass ich ein Ding habe. Ah ja, und dann ist ja jetzt noch meine nächste Episode. Also meine Color Forever Hashtag 4 ist das mittlerweile schon. Meine vierte Episode. Hätte ich nicht gedacht, dass ich 2009 anfange und dann vier Episoden draus knippel. Die ist ja jetzt auch in Edit und die wird schon ziemlich nice. Also da verspreche ich euch nicht zu viel. Wenn Mercy die editiert, wird die schon ziemlich nice. Egal, ich verspreche euch nicht zu viel. Glaubt es mir, Alter. Ich bin auf jeden Fall schon mega hyped auf das Game. Modern Warfare 2 Remake. Also wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass es mit Multiplayer sein wird und dann hört das Ganze auf mit den ganzen Flip Faken. Das wäre schon ziemlich gut. Ich habe hier keinen Bock drauf auf die ganzen Leute, die faken, ey. Oh mein Gott! Ich habe den Crane Shot gehittet. Wie geil! Oh mein Gott! No way! What the fuck! Alter, krass, sick! Aber wenn ich darauf keine 50 Likes kriege, dann weiß ich auch nicht. Alter Schwede, geil! Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!